Oh, die natten doch. Ey, ich hab dir gerade die Enderperle vor die Füße geworfen. Schön nach vorbeigelaufen. Dum, 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 dum. Also, sehr gut. Nice, vielen Dank. Das wird jetzt nur noch für die Kühe benutzt. Das ist unser Grillmeister 2000. Das was hast du? Ja, hier ist das Diamantstadt, was ich hab. Das wird nicht mehr zum Kämpfen benutzt, sondern nur noch für die Kühe. Weil die nämlich dann direkt das gebratene Zeug hinterlassen. Ach so, stimmt, ja. Naja, dir das Schwert hast du ja auch schon ewig. Das hast du dir damit nicht gemacht. Das hab mich auch schon ewig. Das ist doch schon verstanden. Also, Kinas, warum hab ich mich in die Lava gerufen? Das ist schon tausend Folgen her. Ich hab mich jetzt gemutet, sodass die anderen... ...und deswegen sag ich euch jetzt, während die anderen natürlich da blöderweise labern, sag ich jetzt, dass ich einfach das geplantet hab, damit die jetzt denken, dass ich nicht die Lava geplantet hab. Und ich werd jetzt dann in Zukunft mal öfters ein bisschen Lava bei den anderen planten und die ein bisschen in Angst und Schrecken versetzen. Und ein bisschen die gegeneinander aufstacheln. Mal gucken, ob das funktioniert. Deshalb gib mir den nicht mehr, weil die nämlich damit... Alter, sag mir doch, dass ich gemutet bin. What the fuck? Ja genau, Jay, dann checken wir auch, wenn du unmutet bist. Ich laber die ganze Zeit und die antwortet mir nicht. Na gut. Da hast du schon eine Mute-Taste. Wenn das weh ist, ist das ungünstig, Jay. Ne, es ist das S. Normalerweise geh ich immer nach vorne. Und die zurück. Ah, okay. Ja, hab ich heute bei Lollia gesehen. Was soll das? Du, wegen dir hab ich verloren. Ja, genau. Nicht wegen dir. Du, wegen dir hab ich verloren. Ja, nur wegen ihm. So, jetzt erst mal Kürbumsen lassen, sagst du. Kürbumsen, Mama. Kürbumsen lassen. Mama. Ja, Hadi, dann gib mir mal die Schienen an den Beuchstab mal kurz. Ja, warte. Hier, Ficky, Ficky, ihr geilen Teile. Hadi, wir müssen das Ficky, Ficky mit dem Enderman machen, ne? Verdeicht euch. Ich bin jetzt gerade dunkel, ja. Hadi. Warte. Komm, here we go. Was macht ihr denn gerade so? Ficky mit dem Bauen. Spannende Sache. Ich hab mir gerade mal den Tunnel angeguckt, den die gebaut haben von uns. Der ist ein bisschen hin und her und hoch und runter. Ja, der wird auf jeden Fall noch verschönert. Da kommt dann so Glas hin und Lava. Peter, möchtest du es nicht helfen? Da wird nie eine Kerle, oder? Doch, weil das ist quasi so gerade mein nächstes Projekt, weil so die Villa, auf die habe ich jetzt gerade keinen Bock und deswegen mache ich jetzt gleich den Gang. Kann man ja auch verstehen. Wie soll ich euch denn helfen bei der Perle? Ich kann euch denn nicht bei der Perle helfen. Klar, du kannst es voll helfen, ja. Genau so wie du Spaß an meiner Mutti hast, Dennis. Okay. Ich kann auch Perlen farmen, ja, und euch die Perlen klauen, dat kann ich. Ja, das wär geil, genau. Wie du uns aus alles aus unserer Truhe geklaut hast. Ich hab nix aus eurer Vortragung geklaut. Und Spaß, weißt du, das sind so unheimbare Schweine, da pumpst du die voll mit Eilbogen, ja? Ihr habt nicht mal irgendwas Relevantes in euren Truhen drin, das spannen wir zu klein. Na, ich kann mir ja ein bisschen Diamanten von euch nehmen. Wahrscheinlich war das eh Sepp oder Hadi, die bei mir die Lava geplantet haben. Das ist unfair. Wir haben keinen Diamanten. Wo ist denn überhaupt der Sinn da dran, das bei irgendwem zu machen? Ja, echt mal. Hoffentlich sprengst du dich jetzt nicht hin. Aua. Nein! Oh, Peter, das war jetzt aber uncool. Ja, das findest du witzig, wa? Jetzt haben wir schon wieder ein Loch hier vor unserer Finkermann, ey. Das sieht ja aus wie ein Schlachtfeld. Finkermann. Aber irgendjemand hatte wieder Spaß bei uns. Noll. Noll, nicht im Ernst. Was ist denn passiert? Was ist denn diesmal passiert? Gott sei Dank ist es bei uns nur Wasser. Ah, sie haben ja immer Wasser geplantet. Das ist ja auch mal eine schöne Abwechslung. Käpt' mir ja nicht so häufig. Ich hab schon die Shisha runter. Noll. War das nicht schon letztes Mal so? Ja, wer macht denn wieder so etwas? Noll. Das tut doch niemand. Wir waren ja auch die ganze Zeit. Jay war das bestimmt nicht. Was ist denn diesmal? Ja, ich war das auch nicht, weil ich gerade mit Chris getauscht hab, du Witzbold. Ja, eben. Ich hab mich da gerade mit ihm da getroffen. Aua, Peter, du Ficker. Ja, ihr habt neben der Shisha getauscht. Und außerdem würde ich definitiv hier kein Wasser mehr versprühen. Hier wird nur noch Lava versprüht. Ich hab da nix von, wenn ich die Shisha hatte, was soll ich. Oh, Sepp, wo sind denn die Endermänner? Ja, keine Ahnung. Ich suche mal auch. Normalerweise stellt man sich die Dinger auch nur, wenn man... Noll. Noll. Wenn man einen Enderman sieht und nicht, man stellt sich die einfach auf und wartet dann und hofft, dass einer kommt. Scheiße, was ist denn das für eine Mördersession hier heute? Ja, warte, lockt den an, bildet ihn mit dem und ich geb dem zwischendurch immer eins auf die Schnauze. Gute daran ist, dass ich nur Level 1 war, weil ich eben die Sachen getauscht habe. Das ist ein bisschen weit ausgekriegen. Lacker. Aber ich weiß nicht, wie hoch ist denn der Turm gebaut? Aua! Alter, das war überhaupt nicht lustig, ich wäre beinahe gestorben, du Arsch. Im Ernst? Wo ist der Enderman denn? Ja, Tür auf. Aber ich weiß, dass er keinen live, geht da hoch und versucht, den Enderman zu snacken, ja? Nein, ich war nur um Gucken. Ja, wo ist der jetzt hin? Der ist da hinten auf dem Berg geradeaus, Hadi. Ah, da. Guck mal hin, du kleine Nutze. Ich seh den nicht. Komm, ich guck dich doch an, du kleiner Schwanzlecker, du willst es doch auch. Achter, du bist ja nicht lange genug dran, Hadi. Komm, komm. Alter, ich glotze dich doch volle Kanone an, jetzt komm her, du Affenkind. Da, komm, da, komm, da. So, komm. Jawohl, da hat er mich gesehen. Hadi, bau dich hoch. Komm her, komm. Hadi, bau dich hoch. Nee, ich geb dir was aufs Maul. Leute. Da ist er. Leute. Der Parki? Au! Der hat Hadi gesnackt. Ach, der kann nix. Komm, wo ist der hin? Oh, das kommen alle Creeper. Da ist er. Alter, wie der sich voll rumbeamt. Und wie Hadi voll den Creeper hinter sich hat. Wo ist der denn? Hinter dir, Hadi. Ja. Noi. Na, super, Alter. Alter, du bist schon ein bisschen dumm, ne? Ja, toll. Da hinten sind zwei Stück. Da hinten sind zwei Stück bei Peter. Ja, tatsächlich. Was? Ach, da hinten. Komm her. Alle beide. Peter, totally. Ich schieße meinen Pfeil drauf. Ja, komm her, Junge, peddel dich mit mir. Aua. Was macht ihr denn da gerade für eine Scheiße? Und dann wegfliegen. Hadi. Oh, der wegfliegen ist. Loll. Loll. Aber bitte, bitte liegen lassen. Bitte liegen lassen. Ja, ja, ich lasse liegen. Hadi ist geslayed worden. Hat das passiert? Ja, das war jetzt der Fall. Hadi ist gerade vor unseren Augen einfach zermoscht worden. Da war überall Lava. Da war überall Lava. Oh mein Gott. Das Geile ist ja. Ey, Peter, das Loch da vor dir. Warum ist er eigentlich so vierkig ausgerogen? 32 Level hatte. Was für Loch? Hadi, du bist auch ein bisschen rum. Das ist doch hier. Bestimmt, das sieht ja echt creepy aus. What the fuck? Als wenn das gewollt wäre. Ja, echt wahr? Was ist das denn? Da hat sich einer Sand gefarmt, würde ich sagen. Alter, 32 Level für den Sack, Alter. Echt? Oh, Peter, ah nee, Dennis ist vorweg geslingert. Ja, aber mit meiner Rüstung, das hätte mir ja egal. Hadi, guck mal den Enderman kurz an. Nee. Uh, von meinen 32 Level krieg ich fünf wieder. Hammer geil, Junge. Du hast 32 Leben. Ja, hat's Level. Äh, Level. Ist ja krass. Aua. Hadi, komm mal ein bisschen her. Nein, ich komm jetzt gar nicht her. Ich muss jetzt erstmal eine Rüstung wieder. Alter, muss mal eine Rüstung hin. Hier ist noch eine. In diesem Loch hier. Lecker Flamme. Hier, wo ich stehe. Verpiss dich doch mal, du keine Hure. Hilf mir doch mal eben einer. Hilf mir mal eben einer. Hilfe zur Selbsthilfe. Also, ich guck's mir einfach an. Aber nicht, dass Hadi sterben würde. Das wäre ja schrecklich. Nein. Nice, Mann. Alter, sagen wir doch mal bitte eben einer, die... Leute, wer hat denn hier die Lava ausgekippt? Wo? Ja, super, ich komm jetzt nicht mehr nach oben. Hat bei uns in der Bude einer Lava ausgekippt? Ja. Jetzt eure Bude nicht aus Holz. Gute, dass St. Bramme und ich die ganze Zeit da nämlich stand. Ja, Hammer. Selbst dann sammeln wir aber bitte so viel von den wertvollen Sachen ein wie möglich. Ja, ich musste gerade ein bisschen fliehen, weil ich auch ein bisschen blutig wurde. Ja, egal, mach einfach mal. Nimm einfach alles mit. Meine Rüstung. Ich hab da keinen Metallplatz. Guck mal, wer da ganz viele Lava-Eimer mit dabei hat. Ja, ich hatte Lava-Eimer mit dabei. Zu Vorsichtsmaßnahmen, Junge. Guck mal, hab ich vielleicht mal die richtige... Zu Vorsichtsmaßnahmen. Habe ich vielleicht mal die richtige... 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 Habe ich mal die richtige Truppe getreut? Nee, 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 nee. Weißt du, was ich das gemacht habe? Ich hab das vorhin unten gemacht, als ich Eisenfarmen war. Also ich hab da bei dir gar nichts gemacht. Wofür brauchst du denn da... Okay, ich geb's zu, ich war da gerade mit dem Lava zum Eisenfarmen. Ja, aber Jay, dann hast du leider den Falschen getroffen. Nee, du hast leider den Falschen getroffen. So viel kann ich dir sagen. Wo ist denn die Lava bei euch? Ja, ich komm halt nicht nach oben, weil die hier in der Treppe sind. Wo denn? Also ich könnte ja helfen, weil ich hab, weil ich hab, äh... Ja. Moment. Komm schon. Ich bin gerade auf dem Weg, ob ich noch ganz schnell den Wassereimer dahin mache. Komm, soll ich da nochmal einen Wassereimer drüber kämpfen? Alter, wie hier überall Lava ist, Junge. Ja, vor allem läuft die überall rein. Das ist ja mega scheiße. Ja, Jay, ohne Spaß. Du solltest dir echt mal überlegen, bei wem du das dann machst, wenn du keinen Anhaltspunkt oder so hast. Dann mach ich das halt bei jedem einmal. Ja, und dann machen wir das auch alle einmal nochmal bei dir. Oh. Nochmal? Oh. Sehr gut, Sepp. Ja, wenn du das bei uns machen kannst, dann können wir das bei dir auch machen. Wenn das irgendein Wichser bei mir machen kann, dann kann ich das auch bei jedem machen, der sich halt... Ja, und dann kann ich das auch nochmal bei jedem machen. Hast du ja irgendwie meine Rüstung und so geholt? Nein, wie denn? Wie, wie denn? Du, das liegt jetzt alles noch da, oder was? Wie geht doch jetzt eben hin? Ich musste dir doch helfen, damit du da rauskommst aus dem Fickloch. Ja, ich guck mir das einfach weiter an und guck, wie gerade jetzt das ist. Wenn das jetzt weg ist, war das... Ja, aber der, aber der, aber ey. Ja, ich guck mir das einfach. Ja. Ja. Ja.